Hallo Sportfreunde, herzlich willkommen von der Wilferdinger Höhe vom Sportschrei. Wir haben ja diese Woche unsere Skiservice-Aktion, wo es nur 10 Euro kostet, wenn ihr einen Skiservice 1 bei uns machen lasst. Aber wir haben natürlich auch die passenden Ski dazu. Und Jogi zeigt euch jetzt mal ganz grob, was alles da ist. Hallo Jogi. Genau, passend zur Skischleife-Aktion sind wir jetzt voll vorbereitet mit den Alpinskinen. Ihr seht unsere kleine Wand hier, den Kolb Filz mal kurz. Und zwar haben wir verschiedene Marken da. Wir haben Schütteln exklusiv, wir haben Atomic Head. Wir haben von allen Skien haben wir natürlich Race Carver, Slalom Carver. Wir haben nicht nur die Racer, sondern auch die S-Komfort-Ski. Die sind ein bisschen weicher vom Flex, Tränen ein bisschen leichter und gehen dann weiter. Das sind jetzt alles Herbers-Ski hier Jogi? Herben gibt es in dem Fall nicht. Sondern es gibt nur Damen-Ski, die kommen auch leicht. Aber Damen-Ski brauchst du eigentlich nur für kleinere Damen mit leicht wenig Gewicht. Die haben dann ein bisschen mehr Flex, aber generell gibt es keine Herren-Ski. In Ordnung. Darf also auch eine sportliche Dame kommen, die genauso so einen Ski von uns kriegt. Und wir gehen quasi vom Racing-Bereich rüber in S-Komfort. Also das ist alles Racing? Genau. Was heißt S-Komfort? S-Komfort heißt, wie gesagt, der Ski ist ein bisschen weicher aufgebaut, der Biegenhülle. Das heißt, dass er leichter auf die Kante zu bringen ist und eine leichtere Schwungauslösung dadurch auch. Ah, okay. Versteht. Er ist also leichter zum Fahren. Leichter zu drehen, nicht ganz so bissig, weil da der S-Ski, wenn der auf der Kante ist, der geht nicht mehr nach links, nach rechts. Der muss quasi sauber fahren, mit viel Schwindigkeit auch. Da können wir quasi für jeden Fahrer individuell, je nach Altersgruppe, je nach Fahrkönner, was man gelernt hat, quasi darauf eingehen und können das optimieren. Wir gehen dann weiter in den Komfortbereich. A-Ski nennt sich das. A-Ski gibt es auch. Drei Kategorien. A-Ski, A-S und S-Komfort ist so der Übergang quasi zum S-Ski. Und genauso kommen wir dann weiter, gehen wir rüber in den reinen A-Bereich. Wie heißt das? Reiner A-Ski. Reiner A, okay. Das ist quasi für den Einsteiger schon gedacht. Also reine Anfängerski brauchen wir eigentlich heute nicht mehr, weil durch die Karrengeschichte kann es jeder sofort lernen. Brauchen wir also nicht mehr. Und gehen dann automatisch rüber in den Damenbereich. Und ich sage, da haben wir dann für die leichteren Damen, die wenig Licht haben, die brauchen einfach mehr Flex. Der Körperschwerpunkt muss weiter montiert sein, dass die mehr Kraft auf die Schaufel bringen. Und da haben wir aber auch genauso einen sehr sportlichen Ski, also einen reinen S-Ski. Der Atomic, okay. Zum Beispiel, da steht also dem sogenannten Lichtherren-Ski nichts nach. Haben dann den Komfort-Ski, der ist dann wieder weicher. Da gibt es dann verschiedene Modelle von verschiedenen Marken, K2, der Atomic. Und gehen dann auch wieder runter in den A-Bereich. Also wir haben die gleichen Kategorien, haben auch einen Damenbereich. Und natürlich für die Kidis haben wir eigentlich auch was da. Okay, super. Also ihr seht ja eine richtig schöne Wand, alles da. Also wenn ihr durchkommen, wir sind vorbereitet. Und kann man diese Ski auch leihen, also weil es ja ein großer Verleih auch da. Wir haben teilweise bestimmte Modelle im Verleih drin, nicht jedes Modell. Wir reden jetzt nicht vom Verleih, haben auch keine Piste vor der Tür. Aber man kann schon den einen oder anderen Ski mal ausprobieren. Oder mindestens die Kategorie kann man ausleihen. Okay. Also man sieht, okay, diese Kategorie wäre für mich genauso. Super. Also vielen Dank. Man sieht, dass wir vorbereitet sind. Ich zeige es nochmal. Ich danke dir, Jogi. Und ich schwenke nochmal hier rüber, dass ihr das seht. Also eine große, große Auswahl. Kommt vorbei. Lasst euch bei uns beraten. Wir haben die Profis dazu. Und wir sehen uns morgen wieder. Dankeschön.